Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Insurgency. Mit dabei ist wieder einmal meine Freundin, Hallöchen. Hallo. Und Darkwood Bow und ganz, ganz viele andere Leute. Und wir spielen gerade den Skirmish Modus auf District. Skirmish ist dieses Ding, wo man die Waffenvorstöcke zerstören muss. Und Darkwood Bow rennt gerade wie so ein Behinderter wieder durchs Bild. Ich muss mal gucken, der hatte so ein Messer. Wenn das Messer draussen hat, rennt der so kurz. Das sieht einfach göttlich aus. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich würde gerne Waffenskins reinbustern. Aber ich muss euch gestehen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge, weil... Uns hat das letzte Woche so viel Spaß gemacht, man hat gesagt, komm wir machen nur eine Runter hinterher. Und ja, das ist dann das Ergebnis. Skirmish of District. Und Darkwood Bow macht den Messermann, so nenne ich das einfach mal jetzt. Oh man ey, sieht so nützlich aus. Ich mache einfach, ich gehe hier lang. Du weißt, dass von diesen beiden Kisten, dass einer davon Fake ist, ne? Ja. Gut. Ich habe mal ein Problem, ich habe nichts dabei, was ich bringen könnte. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe das Gefühl, dass du davon gleich sterben wirst, weil da wahrscheinlich irgendwie Gegner sind. Ich? Oder du? Weiß nicht, weil hier meistens immer welche drinnen sind. Ich gehe gerne mal rumcampen an den Ecken, da hinten ist zum Beispiel einer. Und schon ist er weg. Boah, ich bin erschreckt. Ja, hast du? Ja. Und der nächste ist glaube ich weg, oder? Ach, du bist ja auf. Ja, ich glaube ich habe einen erwischt. Ich bin mir nicht sicher, ich habe auf jeden Fall durch die Bleche geschossen. Aber ich meine, ja, er sieht tot aus. Er sieht tot aus. So, ich gehe mal, beschlüssel ich mal, wenn ich es schaffe und ich gehe mal runter zum Punkt 10. Ja, ich gehe jetzt runter und nehme Punkt 10 ein, dass wir da wenigstens die Punkte mal haben. Also, wenn du mir sagst, ich soll es schützen, das ist... Ja, du sollst oben im Fenster bleiben, runter gucken. Ja, ich bin im Fenster. Gut. Es geht sogar so, Schiwetten? Wahrscheinlich, ja. Aber ich vertraue dir mal, ich lebe einfach mal mein Leben in die Hand. Ja, scheiße. Ich gehe auch mal von hinten. Also, ich bin tot, ich kann jetzt nicht mehr, also. Ja, ich weiß. Kann man. Ich habe gerade ein Bug, dass mir gerade das holographische Visier hier vorne aus der Waffe rausguckt. Sieht sehr eigenartig aus, aber... Tja. Na, fuck. Scheiße. Ach. Ah, wie denn wir ges... Bist du... Bist du tot? Naja, ich bin wieder gespawnt worden. Also bis hinter mir, oder? Nee. Ich bin auf der linken Seite der Schule, bin ich gerade. Okay. Aber ich komme... Ich versuche das Ganze mal zu flankieren. Ich versuche mal von hinten zu kommen. Mach das. Versuche ich auch. Mhm. Okay, wir haben keine Verstärkung mehr. Heißt, dass wir jetzt sterben. Dann sind wir tot und müssen warten bis zu einem Ziel... Eingenommen worden. Ja. Sie sollten null Wellen haben wir gerade. Oh, ich sehe es gerade. Aber die Gegner auch, also... Ist halt mehr so ein satten... Satten Deathmatch. Er stirbt jetzt draußen. Aber ich glaube kaum, dass wir den Punkt einnehmen. Also... Wahrscheinlich wird es hinauslaufen, dass wir jetzt hier alle Gegner töten und dann... haben wir gewonnen. Oder verloren. Je nachdem. Mhm. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh fuck. Ey. Tot? Ne, ne, aber... Eine Wache hat sich übergestellt. Also... Also nicht tot, aber... Wir haben jemanden... Wir haben erobert. Also... C... D... Okay. C... D... D... E... Oh, ich denke ich hier in der Matte fährst. Ich will nichts. Du hast doch nicht in der Matte liegen, sondern du sollst kämpfen. Ja mach ich doch. Aber ich gucke gerade aus dem Fenster ab und du hast so Qualen, deswegen sehe ich nichts. Das war ja auch nur Spaß. Mhm. Ja, verstehst du keinen Spaß? Hast du das Gefühl? Klar. Ich verstehe immer Spaß. Okay, ähm... C ist eingenommen, D wird wieder erobert. Wo bist du gerade? Äh... Bei Bebebe. Ähm... Keine Ahnung überhaupt. Du bist bei D hin. Ja, ich sehe es. Oh. Warte mal. Ich muss umstellen die Waffe so. Ich bin bei E. Naja, jetzt bin ich auch bei E. In der Nähe von hier oder bei E? Bei E. Bei E. Mal zerstören, oder? Frau Sieg. Ganz schön gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viel Roten es gibt. Es gibt insgesamt drei. Weiß ich nicht. Und guck mal, Daku, wo ist der beste Spieler? Aha. Ich hab's gesehen. Aber jetzt wechseln wir wahrscheinlich irgendwie beim Wechsel drüber. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, okay. Wir sind... Ich... Klauen. Ich meine andere Waffe? Ich weiß nicht. Ne. Oh, schon. Punkt. Hm. Ich hab den Punkt einfach mal, ähm, in die Sekundärwaffe geopfertigt. Du bist so, ne? Ich hab den Punkt einfach mal, ähm, in die Sekundärwaffe geopfertigt. Du bist so, ne? Es hat geschrieben, das Tactical Team United oder so. Es hat wieder rumgegangen. Kann ich das eigentlich auch so, wenn ich so mach? Ich bin das so lustig, ja. Mach ich das auch so? Ne. Echt nicht? Jetzt. Ja, du musst ein Messer an die Hand nehmen und musst dann nach oben gucken ganz. Oh Mann, das sieht so geil aus. Ja, sowas kriegst du beigebracht, wenn du mit Abonnenten spielst. Oh Mann, ich find's lustig. Okay. So, ich bleib mal bei Automatik, äh, bleib mal am besten ein bisschen hinter mir. Ja, Chef. Ja, ich bin dein Chef hier. Schon zu nah dran, ich seh's schon. Ja, genau, renn, renn einfach, renn einfach vorbei, ja, genau. Ja, mach ich doch gar nicht. Ja, ich hab gesagt, du musst hinter mir bleiben, okay. Bin ich doch. Aber eben bist du vor, ja eben bist du vorbeigerandet. Ja, nicht wahr, hast du dir nur eingebildet. Ja. Oh, da war jemand. Ja, da muss ich einfach mal nachgeben. Bei was? Bei sowas. Bei was? Bei sowas. Bei was? Äh, wenn, wenn die Frau redet, dann einfach recht geben. Nein! Ich bin immer so clever und bin so mutig, immer zu Ehe. Ich beobachte dich jetzt. Ach ne, voll schief gehen, aber ist egal. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ich bin ja da. Ja, Delta ist auch gerade schön umkämpft hier. Ich muss die zerstören, die Kiste. Ja, ich hab... Use explosives to destroy cage, ja. Ich versuche einfach mal mit der Handgranaten das Ganze zu zerstören. Mach gar nichts. Einen hab ich noch. So, die muss jetzt weggehen, oder? Komm, bitte. Ja, hab ich erwischt. Ihr ist weg. Die haben mir ein paar Punkte eingebracht, glaube ich sogar. Ja, ein bisschen. Okay, ich bin grad bei B, aber das ist alles gut, soweit. Ja, ich komme mal zu, ich komme mal zu D. Ja, bin tot. War wahrscheinlich überall mehr einer. So, ich guck dir mal ganz kurz zu. Was ist denn hier? Das Tactical Lady. Können wir wahrscheinlich zu sterben, so wie es aussieht? Nö. Hier schon. Du kannst... Ja, geh... ja, okay. Ich wär' den anderen Weg gegangen, weil da... Ja, ich will nur gucken. Guck aber erst mit E. Mit Ecke. Ja, schau's also in die Ecke zu gucken. Ja, es ist kein Problem, das man wenigstens von dir gibst. Ich weiß. Viel hoch. Ich geh' hier voll auf das Kant dran. Wir müssen diese Terroristen richtig schön unterbuttern, ne? Richtig schön kalt machen. Wow, wow, wow. Der ist an einem Spawn drinnen bei uns. Oh Gott, ey. Der rennt ja einfach Eiskatz beim Spawn. Das heißt, der bringt uns... also gleiches A weg. Kann ich dir schon mal sagen. A ist gleich weg. Mhm. Ich wird dort? Ja, ja. Ich wurde umgeschossen. Der ist... Nee, der ist bei uns ein Spawner geraufen. Also deswegen ist gleich A weg. Also der würde wahrscheinlich oben rumkämpfen. Was richtig Mieses, muss ich sagen. Jetzt ist einer weg. Der aus A kam. Von A kam. Hier ist gleich komm, da kommt jemand in die Tür rein. Okay, hier liegt meine Leiche, aber der Typ ist nicht da. Na egal. Ich hab jemanden erschossen da hinten bei A. Achso, okay, gut, dann war das der. Dich ja? Ja. War nur einer, der im Dicke kam. Wie viele leben denn noch? Äh, weiß ich nicht. Gibst du noch? Ja, ne? Ja, ja. Ja, dann bist du. Ich lebe gefährlich. Ja, ich nehme mal C ein. Auf gut Glück. Ja, ich bin da auch gerade. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss, um uns einzunehmen. Ja, in die Mitte. Du wirst uns rumieren. Ja, in die Mitte sollst du kommen. Ja. Ich bin da. Komm hier. Ja, okay. Also hier gibt's noch ein kleiner Grafikfehler bei mir. Ich hab das... Bei mir guckt das Visier. Das holographische Visier guckt da raus. Sieht sehr sehr eigenartig aus. Komm schon raus. Okay. So. Na, D. D ist es noch. Oh, es werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Gegner sein. Hier oben lang. Ja. Ich komm mal hinterher. Kann man nicht aus dem Fenster gucken. Nee, das ist... D. Ich komm jetzt runter hier. Volle Konzentration. Ja. Volle Konzentration. Da drüben. Scheiße. Wow, ich hab's gesehen. Du bist gerade vor mir weg. Hinter dem. Hinter dem. Ja, ich nehme noch Holzding. Ich hab's schon gesehen. Genau. Ich hab schon alles gesehen. Ich versuche einfach mal was. Ja. Oh. Ja, hat geklappt. Mhm. Ich hab mir nicht mal sicher, ob's jetzt wirklich schief gehen wird. Nö, wa? Respawn tut ihr nicht, ne? Doch, ich bin da. Ja. Wir haben noch zwei Wellen, hallo. Ah, ja, stimmt. Hast recht. Ah, wo ist denn Punkt D? Da hinten ist Punkt D. Ah, verdammt. Tod? Ne, ne, aber B wird auch ja eingenommen. B? B, ja. Haben Sie gerade gesagt, B wird eingenommen. Ja, ich hab's nicht so gehört. Wenn es blinkt unten, dann weißt du, dass du da, wird umkämpft. Ja, ja. Ich bin bei D. Nein, also bei W, nein, ne, so falsch. Ich bin bei D. Ah, ich hab's gesehen. Ich hab ihn gesehen. Hast du ihn? Nein, hab ich nicht. Ich muss langsam hier jetzt gucken. Wollte ich wahrscheinlich gleich sterben, wenn ich jetzt komme. Wollte ich nicht weiß, wo der ist jetzt. Höchstwahrscheinlich oben. Nein! Ah! Der kam links aus dem Raum raus. Scheiße! Oh Mann! Warst du bei B? Ja, bei B kann man aus dem Raus, äh, raus, raus, ja. Ähm, aus der Ecke raus. Okay. Und ja, die so dunkel sind, sieht man nicht schlecht. Ja, das stimmt wohl. Ach doch. Uhuh. Na, war mehr Glück. Ich bin ja da. Gott, ich nehm B ein. Ich komm jetzt zu dir, wo ich auch direkt da bin. Wann wahrscheinlich die Runde gewonnen haben, weil wahrscheinlich nicht mehr so viele da sind. Vermute ich jetzt einfach mal. Ach stimmt, ja, die spawnen ja nicht. Da haben wir keine Wellen. Ja. Die spawnen nur nach, wenn sie einen Punkt eingenommen haben. Und das machen sie gerade nicht. Also einer ist noch am Leben. Höchstens. Da kam da links aus dem Raum raus. Ja, einer ist schon tot hier. Die haben so geschossen. Ja. Ich glaub, wenn wir den Punkt jetzt haben, dann haben wir sowieso gewonnen. Wir haben alle Punkte eingenommen. Jipp. Ja, ist gar nicht mal so schwer, muss ich sagen. Heute ist sehr, sehr schön angenehm, ruhig. Ja. Auch wenn die Bilder gar nicht geladen werden bei, bei dem, bei der Übersicht hier. Schade eigentlich. Doch, bei mir waren sie da. Ja, bei mir sind sie gerade nicht da gewesen. Irgendwie waren sie da. So, haben wir noch ein paar Punkte, das heißt jetzt Pleipunkte. Ist gut. B-Star, C-D-D-D. Ich bin nämlich hier. Mhm. Da gut, boom, mach wieder irgendwelche Sprungübungen hier. Ich finde das so lustig mit dem Messer, sieht so lustig aus. Muss auch mal machen, muss. Was? Muss auch mal probieren. Mit oben gucken, nach oben gucken, nach oben gucken, nach oben gucken, nach oben gucken. Ganz schnell rennen oder nur? Nach ganz oben gucken, ganz schnell rennen. So? Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Okay. Okay, davon dann. Ja, würde ich dir raten. Ich habe noch nie das Messer benutzt, ja. Okay. Ich bin aufgeladen. Der nutzt auch meistens nicht wirklich, aber wenn du jemanden damit triffst, ist er meistens sofort tot. Meistens? Ja. Der ist jetzt tot. Mhm. Aber C wird auch gerade eingenommen. Okay, ich versuche schon mal, ich gehe mal wieder Richtung E, dass ich schon mal keine Supply-Punkte bekommen. Mhm. Ja, es hier immer raucht, ey, das ist voll nervig. Ja, das ist halt eine irakische Stadt, ne, oder eine afghanische Stadt, je nachdem. Man weiß es ja nicht, wo es angesiedelt ist, aber ich würde einfach vermuten, das ist irgendwo ein Irak oder so. Würde wahrscheinlich gut passen, das Szenario. Ist auf jeden Fall eine Stadt im Nahen Osten. Jo. So, der eine rennt schon mal Richtung E. Ich weiß nicht, ob der jetzt Springstoff dabei hat. Oder ob der gleich stirbt. Ja, ich glaube der ist gestorben. Ne. Irgendwas geschossen. Ganz nah hier. Okay, Mad Bro. Okay, er hat schon geschossen. Seine Molly hat er schon hingeworfen. Ich glaube der hat hinüber geschossen, soll er sein, ja. Mach ich es besser? Ja, ich habe es besser gemacht. Ja, Mad Bro, musst du Granaten üben werfen. Was, Granaten werfen? Granaten werfen üben, Mensch. Ja, ich habe gerade gedacht so, hä, da stimmt irgendwas nicht. Hey, wir nehmen Delta. Da ist der Sitzbau, die durcheinander gekommen. Ja. Granaten üben werfen. Oh, Mann, ey. Ah. War doch gerade ein Gegnerin, die haben doch einen auch gesehen. Denk ich mir auch immer. Ne, ne, ich habe wirklich einen gesehen. Ja. Habs auf Video, ich kanns beweisen. Ja. Ich glaub dir schon. Okay. Ich will eigentlich gar nicht wo ich hier rinne hinne. Oh Mann, ey. D. Ich geh mal lieber hier weg. Ja, ich geh mal zu C. Wo ist eigentlich C? Ach, so C ist, weil dann... In der Mitte ist C. Oh, da war jemand, da war jemand. Ich geh mal wieder in den Raum rein. Guck mal, ob ich den hier jemanden finden kann. Also es ist... Da rausrennen, weil ich weiß, wie es ausgeht. Ich werde sterben und dann... Ja, ich bin gerade in der Mitte, aber ich sehe es hier noch keinen. Warte mal. Okay, wir nehmen jetzt sowieso C ein, aber die Mehrheit sind hier. Oh, okay. Ich komm einfach mal zu C. Na, wir haben schon sowieso gewonnen jetzt. Okay. Ja, 3-0 bis jetzt nicht. Ich glaub, die Runde ist auch vorbei. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich weiß nicht, ein Modus in Search on C waren immer fünf Runden. Das werden wir gleich sehen. Ja, das war's. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das ganze gefallen hat, wenn wir uns beide über einen Daumen um freuen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu in Search on C. Bis dahin, tschüss. Tschüss.